Fängt ihr an? Görkem und Dustin wechseln die Tore. Dustin ist am Ballbesitz. Görkem geht rüber. Nützt aber nichts. Und Görkem, äh, Dustin schießt. Uh, Görkem hat den Ball, niemand ist im Tor, das Tor ist leer. Und Görkem schießt, Tor! Oh, 1 zu 0 für Görkem. Für Görkem-Land. Dustin, Dustin, Dustin holt den Ball, Dustin. Oh, 2 zu 0. Die Seiten machen irgendwas aus, oder? Ja. Uh, 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 uh. Uh, 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 das war schön, aber der Rest war scheiße. Uh, rennen, 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 rennen. Und schießt. Tor, äh, 2 zu 1, gell? Für Görkem. Görkem hat den Ball, ist auf Ballbesitz. Dustin reagiert. Oh, faul. Es geht weiter, ganz normal. Weiter. Nein, die Vorteile. Jetzt sagst du mir. Ja, jetzt hab ich nicht den Ball bekommen, deswegen. Ja, nein. Du sagst du schon, es geht den Ball her. Nein, nein, weiter. Komm, Dustin, Dustin. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Wer ist so rüber gelaufen? Tschüss. Trick, oh, trick, lad. Es ist scheiße. Uh, Dustin schießt und 2 zu 2 aufgeholt. Spinnst du? Ich spiele Ding Table Tennis. Ich hab Tischtennis auf dem Ding. Ich will sie sein. Der Ball ist irgendwo da hinten. Seht ihr ihn noch? Ich glaub schon, ja. Es ist ein kleiner, lilaner, lilaner Traube. Immer noch 2 zu 2, Gleichstand. Ja, wir haben 2 zu 2, Gleichstand. Jungs. Uh, uh, uh. Fast, Gökken, fast. Andere Seite, andere Seite. Äh, nicht in die Lasschärm, Jungs. Also, war das? War das drin? Nee, 2 zu 2, immer noch. Nein. Ist da was drin? Nein. Das ist Fausten. Doch, das ist Fausten. Gökken, es ist Fausten. Du bist Fausten. Du bist Fausten. Uh, uh, der war schön. Aber knapp daneben ist auch daneben. Es sieht aus, als wäre Dustin erschöpft. Aber kämpf weiter, nicht so wie Gökken. Oder auch nicht. Du bist? Du bist Fausten.